Wasser eignet sich sehr gut als Lösungsmittel, da es ohne chemische Bindung und ohne sich zu verändern mit sehr vielen Stoffen und Flüssigkeiten verbindet. Für den Körper ist Wasser lebensnotwendig, da es für den Blutkreislauf, die Regulierung der Körpertemperatur, die Stoffspaltung und als Lösungsmittel für Zellen und Gewebe gebraucht wird. Wasser löscht also nicht nur unseren Durst, sondern sorgt vor allem dafür, dass unser Körper richtig funktioniert.